Der werte Herr Timo klaut mir gerade meine Last Hits oder auch nicht? Das ist ein Pussy-Dee, Pussy-Dee. Sammy, wir machen das jetzt gleich was alleine. Entschuldigung. Ja. Wir müssen gleich einen Baron legen, wir beide. Jo, das ist, denke ich, drin. Ich habe aber keine Naturgewalt. Ist kein Problem. So lange brauche ich nicht. Gott. Trust me, I'm a boss. Ja, Leute, so sehr kann ich scheiße labern. Und machen. Ich laufe mal eben schnell den Baron ab, damit die Pilze da weg sind. Jo, ach ja, ich habe das Auge, ja. Ach, so eine Scheiße. Oh, du Dummkopf. Boah. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Oh yeah. Fiery nice. Jetzt Baron, Baron, Baron. Das war eigentlich noch das Hochwerfen von, ähm... Oh, der Witzker macht der Pisser mir einen Schaden. Ach ne, ich tank ja gar nicht. Geh mal da weg, wer auch immer in der Mitte steht. Oh, das ist, Dings. Eh. Los, wir pushen jetzt. Alter, ist hier wieder voll, ey. Ja, das ist Arpeggi, das ist der Heal. Ja, ja, klar. Irgendwer, weiß ich, könnte jetzt den Heal unterbrechen. Du könntest den Heal unterbrechen. Varus kann ihn unterbrechen. Timo blindet ihn einfach. Wir bräuchten irgendwas für Amts. Tänkst du Tower? Äh, kann ich machen. Wir haben aber Minions, warum sollte ich denken? Ja, weil wir die töten wollen. Ah, ich hab nicht mehr. Ich bin tot. So, jetzt mach den Powerdown. Die sind nur zu zweit, ihr seid zu dritt. Ihr seid zu dritt? Ja, aber er muss rennen. Ja, er ist richtig, aber... Je, jetzt greift an, jetzt greift doch an! Mein Gott, ist der je schlecht. Ja. Meine Güte. So, mein Madrid ist fertig. Jetzt kommt der Blutschnittel. Der Blutschniebel. Kommt jetzt. Ich hab jetzt erstmal einen Phantomtänzer. Oh, nice. Kann ich mir jetzt gleich mein Dings holen, oder? Ich hab sofort Full Build. Ähm... Noch einen. Ja, AC. Was sollte ich mir jetzt eigentlich holen? Im letzten Atemzug. Wir haben drei Tanks fast dabei. M-Steps? Soll ich mir Freilichs Crystal Zepter holen? Nein. Nicht wegen Slow. Dafür hast du das gefrorene Herz gleich. Ach, das... Jetzt war es wieder auf, was ich gehen musste. Jo, fast. Geht ihn jetzt zurück ins Spiel. Ich wollt grad sagen, wenn der jetzt weg ist... Alter, wieso haben wir den Tower da oben jetzt nicht dauernd? Wollte mich nicht ergon. Wollte mich nicht ergon. Wollte mich nicht ergon. Dass du gerannt bist, war ja völlig legitim, aber der G hatte noch voller... Der hätte mindestens noch zwei Hits draufhalten können, dass mir hätte gereicht. Jo, locker. Teleport up. Jo. Na mal, da steht er eben. Oh. Hoppla. Da kam ja ein Jace entgegen. Los hier, auf Wolli. Und? Oh, die kommen so rum. Lauf hoch in den Jungle. Hau ab, hau ab, hau ab. Ach, komm ich doch sowieso nicht mehr. Wo sind die anderen überhaupt schon wieder? Äh, sorry. Ich war grad... woanders. Das ist super. Das ist wirklich super. Ja, tut mir leid. So, jetzt auf. Genau, genau. Und tot. Und jetzt den letzten noch. Und dann push zu Ende durch die Mitte. Los. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guck mal ein Life an, Alter. Guck mal ein Life an. Oh, jetzt guck mal, wie wir dein Life haben. 300. Oh. Das meine ich mit Naturgewalt. Wenn du jetzt noch mehr Leben kriegst, weißt du... Ah, scheiße. Ne Warmox erhöht das Life Rack ja auch noch. Ja, 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 ja. Gefrorenes Erz erhöht dein Leben auch, komischerweise, weil's Mana bringt. Alles, was dein Life erhöht und dein Life Rack dadurch erhöht. Halt. Ja. Du musst Sankt. Ich wollte grad sagen, mach einfach weg das Ding. Oh, oh, oh. Kein Oldie. Oh, 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 oh. Nein. Yes, Mann. Push weiter. Ich mach's ungern, aber okay. Scheiß drauf. Ah, ich könnte mir jetzt eigentlich meinen letzten Atem zukaufen. Ich hoffe, ich stehe gleich wieder eh in die Base zurück. Wenn ihr das Ding hier jetzt mit Dawn kriegt, haben wir so gut wie gewonnen. Ah, ich schon. Naja. War wohl hübsch okay. Egal. Danke. So, jetzt hab ich jetzt einen Atemzug. Ja. Aber statt dass und Je und Temo helfen... Nö, die Farm gemütlich. Ja, hab ja auch gedacht. Was brauche ich jetzt? Ah, ja, Blutwürsteiner. Ja. Gut. Naja, was hätte ich dann noch geholt? Ein Matris-Blutschneider, oder? Naja, dazu komm ich auch nicht mehr. Ja. Ich hol langsam endlich mal auf, ey. Guck dir mal in das Netz an. Meine, oder wessen? Meine. So. Ich hab... Wo hab ich denn sieben Kills her? Gift? Äh... Ja, aber das bekommst du gar nicht mit bei... äh, äh, bei... bei Simscht. Na doch, in der Team, falls hast du gut auch gestaubt. Ja, 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 ja. Aber 23, ähm... Mein König wie viel. Hm. Der ist ein bisschen gelaunt. Ach, der Lee soll nicht rumlabern, Alter. Ein Apegi ist nunmal scheiße. Können wir ja auch nichts für. Mhm. Ja, ich wollt grad sagen, wir hätten das Spiel echt beenden können jetzt gerade. Jo. Vorsicht, in der Mitte, ich krieg Besuch. 2,5 Angriffstempo. Wir haben immer noch keine Matchen. Sammy. Krass. Ich will mir jetzt irgendwie schnell du schlägst. No. Ah, scheiße, da sind noch mehr. Ja, ja. Oh. Kacke. Lauf ruhig weg, 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 weg. Mein Blutdöster ist leider noch nicht aufgeladen, sonst hätte ich ihm auch ein bisschen mehr Schaden gelocken können. Mhm. Da. Ja, Leute, das Spiel dauert jetzt schon 42 Minuten. Äh. Wir sind immer noch spannend, äh, dabei, bis zum Schluss. Äh, was macht ihr da? Ja. Weg da, weg da, weg da, weg vom Ding da. Sehr gut. Äh. Jetzt, Nunu hat keine Ulti mehr, hat er grad nämlich eingesetzt. Ja, G, das ist immer gut, ne? G, einfach mal plumpf in Tower rein. Äh, in das Gras rein, so. Potenziell einfach mal gucken, ich bin zwar kein Tank, aber ich kann ja alles wegtanken. Ja, so nach dem Motto hat er das grad gemacht, ey. Ich hab's gesehen. So, du hast jetzt einen Atemzug, jetzt holst du dir deinen Dings, alles klar, läuft. Du hast bald ein Fullbild. Äh. Oh. Oh, holy shit. Äh. Auf, 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 auf. Temo, Temo, Temo. Sorry. Oh. Aber ihr habt's eben gut gemacht, gehealt. Ey, ihr habt den nicht tot bekommen. Ne, das ist das Gute am RPG, der kann tanken dadurch. Ja, ja. Aber das war's. Und wär jetzt Dings dabei gewesen, ähm. Äh, äh, Voli-Beer? Wär der Dings tot gewesen. Ne, ja. Oh Mann. Los, pushen, 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 Koro. Koro, ne? Ja, ja, sorry. Ja. Hier hinten kommen so rum. Wer, die beiden? Die beiden. Ja, komm, attacke. Ne, geh du vor. Ja, ich soll vorgehen, G geht vor. Okay, G. Boah. Ich glaub irgendwie, dass ich die Hälfte dem Schaden wieder zurückbekommen hat der irgendwie einen Dornenpanzer. Warte, ich guck. Jo, warte. Und ein Schutzengel, dieser Lappen, alter. Aber der Schutzengel ist, ne, der nicht, der ist noch offen. Ja, Leute, wir müssen ein bisschen pushen. Wie viele Sekunden haben wir noch, Sammy? Ihr habt noch sechs, soll ich hochpforten zu euch? Warte. Ne, lass mal. Wir hauen ab hier. Wir hauen ab. Ja, sorry. Baron. Okay. Wir treffen uns beim Baron. On my way. Jetzt pass auf, ich tank. Läuft ein Pilz rein? Schnell doch nicht. Ich dachte, jetzt läuft ein Pilz rein. Welch? Ja. War da einer? Ja. Die sind wahrscheinlich immer welche. Die kommen runter. Ich halte sie auf. Komm, put, 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 put. Hier ist ein Freakill. La, la, la. Ich liebe die. Jo, danke. Die waren damit beschäftigt, sich auf mich zu konzentrieren, standen alle im Gebüsch da. Geil. Ja, das ist... Was wollen sie denn? Wir hatten jetzt alle hier im Gebüsch. Ne. So, mein Bluetoother ist jetzt... Oh, toll. Mit neuen Minions aufgeladen. Wie hoch kann der nochmal aufladen? 40 oder so. Sau nice, oder? Bin über die Mauer rüber gesprungen, hab mit dem Blue geklaut und hab ihn gekillt. Ah, Mann. Ich dachte, der kommt wie hinterher. Äh, Frage? Hallo? Hier? Ja, ich und G sind hier. Ah. Hm. So, Sammy. Sammy? Are you ready? Komm mal mit. Sekunde. Das wollte ich nur machen. Ich brauch ein Ward bei denen in der Base. Hm. Die keine Minions haben, kann ich wenigstens hochporten. Oh, unser Yi. Lauft. 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 Ich arbeite dran. Was, alter? Ich bin im Dauerslow, ey. Das ist unglaublich. Ah, das regt mich schon fast auf. Aber egal, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Du kannst ja mal gucken, was dir mehr gemacht wird. Magischer oder normaler Schaden. Hm. Hm. Ja, wir müssen jetzt noch ein bisschen defi sehen. No, magischer, definitiv. Kommt halt aber auch drauf an, wer da ist. Ja, aber wenn alle da sind, dann waren ja gerade alle da, auch bis auf Rise. Und so Rise ist halt auch gemacht. Mir werden nur drei angezeigt, oder so. Ja, aber ich meine, der Rest macht ja auch magischen Schaden. Boahhhhhh. Lass mal den. Da. Jawoll. Nice. Nice ulti. War das meine? Hat die den festgehalten? Ich dachte, die wäre dann umgegangen. Nee, nee. Die hat festgehalten. Ja. Gut. Ich bin eben der Nettwass. Kauf mir meinen Blutdürster. Jo. So. So, ein bisschen mehr Schaden. Die haben nirgendwo mehr Tower. Mhm. Wir nicht. Wir müssen echt mal langsam durchpushen. Mhm. Ich geh kurz runter und kill lieber sein. Ja, du bist runter. Ich brauch nämlich unbedingt Farm. Ich hab'n Farm von 80. Das geht gar nicht klar. Ich hab'n Farm von, keine Ahnung. Äh, ich seh' den nicht, weil meine Fraps davor sind. Haha. Ja, du bist runter. 208. Sammy? Komm mal mit, komm mal mit, 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 mit. Timo. Ganz schnell. Timo und Brody sind da. Ja, aber Timo schalten wir aus. Da, ich komme. Ich will helfen. Hallo. Du blöd aus. Mit dem je, ey. Hm, stimmt, der hat dir noch einen Schutzengel. Aber der Schutzengel mit seiner Passiven ist ne geile Kombi. Ja, das ist ne geile Kombi, aber hilft ihm nicht. Ne, das nicht, aber ist trotz des ne geile Kombi. Hm. Wo kam jetzt gerade der Platz? Hey, das war jetzt geil. Hm. Gut, Shimo, mach den zweiten den hier. Ich mach den jetzt einfach. Ich hab keine Ulti. Was? Ich hab keine Ulti. Mann, ich hab keine Ulti. Ich hab keine Ulti. Ich hab keinen Stats, nämlich voll doof. Ich hab noch tanzen. Ja, Leute. Das war eine weitere Folge von LOL. Ich hab keinen Ulti. Wir haben alle, die Ulti sind in mir.